So, Thema Nuss Nougat Creme. Ich habe schon vieles ausprobiert, natürlich die Original Nutella von Ferrero, dann die Eigenmarken von Aldi, Lidl und Netto, aber man kann sagen, im Großen und Ganzen versuchen die eigentlich nur Nutella zu imitieren, haben alle nur 13% Haselnuss und schmecken im Grunde genommen mehr oder weniger alle gleich. Dann haben wir natürlich noch Alnatura ausprobiert. Die haben natürlich ganz krasse Produkte, die 100% Haselnuss, naja, zum Löffeln eigentlich nicht so geeignet, eher zum Beimischen in andere Sachen, wie zum Beispiel in Eis oder in einen Kuchen oder so. Oder eben solche Sachen wie 25% oder, keine Ahnung, 30%. Haselnuss. Schmeckt dann sehr nussig, aber, ja, ist nicht schlecht, aber könnte besser sein. Und dann bin ich im Realmarkt auf dieses Kai Gourmet gestoßen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich Kai Gourmet, Kai mit C ausspricht, aber, ja, bin da drauf gestoßen, habe gesehen, hm, ja, sieht interessant aus. Und als ich das ausprobiert habe, da dachte ich mir, ach du Scheiße, das muss extrem ungesund sein, weil das schmeckt verdammt nochmal sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir so die Werte angeschaut. Hm, 25% Haselnuss, glutenfrei, keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe. Und Kohlenhydrate hat es nur 45, davon 41 Zucker. Im Vergleich dazu Nutella hat 57,5 beziehungsweise 56,3 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Äh, das heißt, es hat weniger Zucker als die original Nutella. Gut, dafür hat es ein bisschen mehr Fett auf 100 Gramm, aber, ja, wer weiß, es heißt ja, Zucker sei schädlicher als Fett. Naja, da sind die, sich die Leute vielleicht nicht ganz einig. Äh, auf jeden Fall schmeckt es sehr, sehr cremig, sehr, sehr kakaoig, also schokoladig könnte man sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das beste Nuss-Nougat, was ich je probiert habe. Bedauerlicherweise, das letzte Mal, als ich beim Realmarkt war, da gab es kein Kai Gourmet mehr. Und als ich da eine Mitarbeiterin fragte, ja, was ist jetzt, habt ihr da noch was im Lager oder wird das nachbestellt? Da hieß es dann, naja, das bieten wir nicht mehr an. Und ich kann das ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen, weil, ja, es ist echt das, äh, der beste Geschmack, was so eine Nuss-Nougat-Creme angeht. Cremig, schokoladig und, ähm, einfach richtig guter Geschmack. Nun, Geschmäcker sind natürlich sehr individuell und dass, äh, es mir schmeckt, das heißt nicht, dass es euch schmecken muss. Aber es ist auf jeden Fall wert, das mal zu probieren. Ähm, bedauerlicherweise kriege ich das jetzt nur noch im Internet. Es ist ein bisschen grotesk, dass ich, ähm, dass ich sowas im Internet bestelle. Ähm, aber es funktioniert. Ich habe das, äh, bestellt und es kam auch ziemlich schnell und, ja, schmeckt ziemlich gut. Also probiert es mal aus. Wenn es, wenn es was ist für euch, dann gut. Wenn es für euch nichts ist, dann, ähm, ja, könnt ihr mir das gerne schicken. Ähm, ja. Ich werde mich dann schon darum kümmern.